WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 1,25 Quadrizenten, die wir dann innen. So, ein Fahrer ist da, ist da, ist frei. Das ist nicht 1,25 Quadrizenten, die wir dann in Europa haben. 10 Sekunden. Start! 10 Sekunden. Sekunden sogar, aber dieser Wind. Der Mann aus Ostfriesland, Elton Korunda. Herr Megawatz, er hat anzurüchtergewandt. Megawatz, Rüttemberg, das ist der Schleiferspieler, der neue Spitzenpartner der deutschen Meisterschaft. Ihr Tag, wenn wir aus Sohlenberg. Ach, ich kann aber euch jetzt aber nicht voll.